Jo, hi, willkommen, mein Name ist Danilo L.P.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Warm Sports unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir eben jetzt hier um Erlens Hauberkonten abgeschlossen mit Gold und Bravour. Ja, nicht so schwer. Und jetzt machen wir einen Ritter, an den man sich erinnert. Und ich finde es so gut, dass der Text nicht scrollt. Uta ist tot! Oh mein Gott! Dieses Land ist ein Königreich, das ein König braucht. Sie, junger Ritter, haben das Potenzial, einen jungen Knappen namens Arthur erkannt. Und sind Willens, ihm dabei zu helfen, König zu werden? Können sie ihm helfen, den Thron zu gewinnen und dem Königreich Ordnung zu bringen? Na, mal schauen. Oder Arthur, ne? Weißt du nicht, Arthur? Sag ich jetzt, Arthur, Arthur oder Arthur? Weiß er nicht. Keine Ahnung, ich mach jetzt mal was anderes, wahrscheinlich. Wie ich mich kenne. Die Waffen sind nach Stärke geworden, okay. Ich hab, glaub ich, noch nie und irgendwie einen Tagestipp irgendwie so gelesen. 15 Jahre später als König Uta tot. Oh, nee. Mein Gott, was hat denn für Timeskaps kommen? Und wie Sie sehen, herrscht überall das reizte Chaos. Oh, ha, ha. Dieser Kampf wird jetzt schon lange. Das Land braucht einen König. Hey, wie warst du mit mir? Ich war auch gern König. Der junge Arthur ist der rechtmäßige König. Der sieht genau so aus wie ich, verdammt. Sie müssen ihm helfen. Übernehmen Sie den Obergefühl über diese Soldaten. Alle nur am Nebensinn von uns nach 15 Jahren. Übernehmen Sie danach alle Orte des Sieges. Keiner einfach aufhört, wenn man die Gegner betrachtet. Oh mein Gott, da sind ja die meisten oben. Sputet euch, eh, der Ritter. Oh ja, Ritter. Schön. Damit sind Sie gemeint. Nehmen Sie schon die Beine in die Hand. Sie müssen um jeden Fall überleben, woran siehe. Egal. Ja, und er ist wieder nicht dabei. Wollen wir eigentlich mal mit hier beschützt den und den? Oder macht was weiß ich? Und dann sind die sowieso nicht da. So. Ah, Turm. Bin ich gut oder was? Ja. Bin ich irgendwo was Großes? Ja. Was können wir denn schon an Schaden anrichten? Gawain, was? Götterlich auch 10 Rittern. Aber man, das ist sehr wenig. Ja, dieser Ruder, ich dir, umsonst. Verlauf, Tare. Versuchen wir mal hiermit zu treffen. Okay, geil. Ich kann mir diesen Cut-Dinger nicht treffen. Aber wer hat das gemacht, ich habe daneben getroffen. Der Wayne ist ja nicht einer der dritte der Tafelrunde eigentlich. Was macht denn der auf der Gegnerseite? Na toll, die kann einfach nur das Ding wegballern und alles ist weg. Super. Oh, das ist eine blöde Platzierung. Ich dachte, ich bin voll immer wieder unterspringen. Achso, ich wollte, boah. Wir sollten das machen. Okay. So wird das ja mal gar nichts. Ah, perfekt. Ich weiß, was die von mir wollen. So, peace here. Der Wayne, na? War weg. Aber ich habe einen Bauchklatschen gelegt. So, ich mache jetzt mal die alle fällig. Ich habe das Gefühl. Weil ich kann ja nicht vernünftig bauen. Wir müssen einfach nur, eher da, wo Lex Calibur steht. Opa! Da, wo der Turm, der zweite steht, müssen wir einfach nur wegballern. Und dann kann ich wieder alles neu aufbauen. Und dann ist ja richtig doof. So, warte, ich komme euch jetzt alle da. Der war ins Captain. Der geht jetzt auch baden. Dann irgendwas, nein? Okay. Oh, ja, schon endlich. Sehr schön. Oja, meine Schamala. Hotchala. Geh baden. Sehr schön. Ich habe ins Captain Schiff. Seelich im See. Ja, ich glaube, so sollte man die Mission übermachen. Sind da noch vier. Ja. Ich habe ja eigentlich schon jetzt gewonnen. Ich muss nur die Typen da fertig machen. Und da machen die anderen. Jetzt vielleicht vorher was bauen sollen. Ich wollte. Ja, guck mal, die müssen nur den Turm kaputt machen. Und dann, buf, alles weg. Das hat eine Burg da. Verdammter Dreck. Und sich nicht jetzt erst. So, mit was für Massenvernichtungswaffen kann ich euch denn töten? Ich weiß. Mit Granaten. Ich glaube, die Strategie soll ich allgemein benutzen. Nee, das geht irgendwie schneller. Ja, das geht, glaube ich, so ein bisschen schneller. Ist ja auch erst mal gewonnen und so geplättet. Ja, da wird schon eine eindeutige Mission kann das sein. Darum kann ich wieder ein Ding ein bisschen ballern. Daneben. Ich bin nicht mehr. Ja. 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 Sehr gut. Ich muss natürlich wieder nur die festung nach oben weg klatschen. Ja. 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 Ding! So! Wir sind dabei mean! Ne, wir sind noch mehr damit! Brieftraube! Wow! Verdammt! Egal! Habe ich genug jetzt um die Dinger da kaputt zu hauen? Ich habe wieder einfache Level hier! Da ist noch du! Komm her! Jawohl! Nimm nass! Ich habe den noch getroffen, sehr gut! Wo ist er? Boah! Okay! Hängerbarer in der Woche! Haha! Das war ein Spektakel! Ja, ich habe noch viel dabei MES Skand!!! Du denkst mal ansehen! ich habe genauso muss man daran machen sonst ja hat man vor der fresse bekommen die ganze zeit und dann wäre alles weg einfach alles also muss jetzt sterben jetzt gegen dich aber zum sterben komm ich schaue zu dir stirbt sehr gut man ja schon entschieden grant wird betraut ja aber nicht von mir so jetzt ja aber schnell darauf und alles weg müssen über 9 ja na was geht jetzt einfach auf die festung drauf kloppen am besten hier mit das klappt so nicht mach mal den ihr den pump ich kann also schräg bauen da macht du mal da hinten wer ist überhaupt keine ahnung soll gehalten damit ja komm noch ein paar dicke sachen ja ne ich habe keine zitadelle mann da machen wir ganz schnell ganz schnell wow Alter! BAMS! Alter, du musst nach oben, hallo? Wie ist das Schiff hier? Los! BAMS! Ja, das ist gut! BAMS! Am besten würde ich jetzt hier in Renaults Haus einsetzen, aber... ... damit treffe ich wahrscheinlich nicht. So, dann kommt wieder zu Paneel fährt. ... 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